Willkommen zur 93. Folge Brettspiel-News Talk. Ich bin Johannes und in dieser Folge rede ich mit Fabian und Jacques vom Podcast Bretter Late Than Never über Brettspiele, über ihr Podcast-Konzept, ganz viel über das Spiel des Jahres und mehr. Viel Spaß! So, ein neuer Interview-Podcast. Erstmal mit einem Gast, vielleicht später noch mit einem zweiten. Wir werden sehen, Fabian ist da von Bretter Late Than Never. Hallihallo! Hallo! Ja, sehr cool, dass du da bist. Euren Podcast, also du machst das ja nicht alleine, sondern mit Jacques zusammen. Kennen vielleicht einige schon. Magst du dich erstmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Fabian. Ich habe einen kleinen Podcast zum Thema Brettspiele mit meinem Freund Jacques. Und ansonsten, ja, ich spiele sehr gerne und sehr viele Spiele. Und deswegen bin ich, glaube ich, heute hier, um darüber so ein bisschen zu reden. Auf jeden Fall. Letztes Jahr habt ihr mit dem Podcast gestartet. Das heißt, ihr müsst ja beide schon vorher, ja, als Hobby wahrscheinlich Brettspiele gespielt haben. Kannst du noch dich daran erinnern, wann hat das für dich angefangen mit dem Brettspielen? Ja, also eigentlich habe ich schon immer Brettspiele gespielt. Also in meiner Familie wurden einfach Brettspiele gespielt. Aber nicht irgendwie exzessiv oder so, sondern halt ab und zu mal. Ja, wir haben sehr viel Doppelkopf gespielt. Also so ein klassisches Stichspiel. Wirklich quasi jeden Mittag nach dem Mittagessen. Und Brettspiele immer mal wieder. Also wir hatten auch ab und zu die Spiele des Jahres. Und ich habe früher eigentlich schon immer, war ich so der, der öfter die Leute überredet hat, was zu spielen. Das war meistens Siedler von Katan. Das war dann, wenn mal gespielt wurde, wollte ich das spielen. Und, oder an meinem Geburtstag oder so, habe ich mir auch immer gewünscht, dass wir was spielen. Und gerne auch in großen Gruppen. Also dann eher so Partyspiele. Nobody's Perfect war da zum Beispiel eins von meinen Lieblingsspielen in meiner Jugend. Und, aber mir ist irgendwie nie so in den Sinn gekommen, dass das ja auch ein richtiges Hobby sein kann. Und nicht nur so eine Gelegenheitsbeschäftigung. Also das, ich wusste gar nicht, also das gibt dieses Hobby. Mir war auch nicht klar, wie viel Brettspiel es gibt. Und dann war 2019, da habe ich einen Arbeitskollegen von meiner Freundin kennengelernt. Das war damals noch in Halle bei Leipzig. Und der hat mit uns gespielt. Wir waren im Café fast jeden Tag, so zusammen Kaffee trinken. Und dann hat er mal irgendwann ein Spiel mitgebracht. Ein kleines Kartenspiel, der Name Silver. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von Bezier Games, so eine Art Neuauflage von Cabo. Und das haben wir dann viel gespielt. Jeden Tag eigentlich. Und ich war so richtig ein bisschen süchtig geworden danach. Und das hat der dann wiederum gemerkt. Und der war nämlich heimlich ein Brettspieler. Schon seit Jahren. Aber hat immer nur Solo gespielt. Weil er, er war selbst Italiener, hatte nicht so viele Bekannte in Deutschland. Und hat dann eben einen ganzen Schrank voller Brettspiele gehabt und die immer alleine gespielt. So, jetzt hat er bei uns entdeckt gehabt und hat gedacht, jetzt versucht er mal was. Und hat uns dann die Quacksalber von Quedlinburg gezeigt. Und dann war es eigentlich um uns geschehen. Also, dann waren wir komplett angefixt und haben nur noch spielen wollen. So oft. Und viel, wie es ging. Dann hat er uns irgendwann so das nächste Level, also Expertenlevel, das erste Spiel, was er uns da gezeigt hat, war dann Underwater Cities. Also, er hat auch einen guten Geschmack, finde ich, bewiesen. Und ja, dann war für uns klar, okay, wir brauchen auch Spiele. Und seitdem spielen wir halt wie verrückt. Also, das ist jetzt noch gar nicht so lange, seit 2019. Aber ja, seitdem ist die Bibliothek rasant oder Ludothek rasant gewachsen hier bei uns im Haus. Und ja, eigentlich, wir spielen mehrmals die Woche mit verschiedensten Gruppen und alleine zu Hause halt auch. Also, ja, so ist das gekommen. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt eine Person wäre, die, ja, abgesehen von ein paar, ne, den Klassikern kaum Brettspiele kennt, was ist denn, oder was kann der Reiz am Brettspielen sein für dich? Ja, ähm, also ich hab, ja, ich hör auch deinen Podcast öfter, auch dieses Format vor allem, den Talk. Und die Frage kommt ja häufig oder eigentlich immer, glaube ich. Ähm, und deswegen hab ich das schon erwartet. Und die naheliegendste Antwort, ähm, ist natürlich das, was auch die meisten sagen, weil es auch einfach stimmt, nämlich diese, der, der soziale Aspekt. Also, man kann einfach, äh, einer Tätigkeit nachgehen, die halt Spaß macht und dabei auch noch sozial interagieren. Ja, also man trifft sich mit Leuten und so weiter. Klar, das ist das, äh, was, ich glaub, ein großer Punkt, warum Brettspiel so viele Leute begeistert. Aber, es gibt ja auch viele Solospiele, das heißt, es kann nicht der einzige Grund sein. Oder es gibt auch viele Pärchen oder so, die halt viel miteinander spielen, die hätten auch andere soziale Interaktionen. Ähm, aber deswegen denke ich, der eigentlich größere Faktor für mich von diesen zwei Hauptfaktoren, die ich so ausmachen kann, ist, dass es einfach eine, ein, äh, also, jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hoch dran, aber eine intellektuelle Herausforderung ist, vor die man sich immer wieder stellen kann. Die kann jetzt auch, die kann klein sein, bei kleinen Puzzlespielchen bis hoch zu Expertenkloppern. Aber du machst irgendwie was, bei dem du dich herausforderst und dann irgendwie halt, äh, belohnt wirst meistens. Weil du halt, dein Plan geht auf, man muss gar nicht unbedingt immer gewinnen, aber man nimmt sich was vor, versucht ein Problem zu lösen und als Belohnung kriegt man dann wahrscheinlich irgendwie Glückshormone ausgeschüttet und so kommt man immer wieder zurück. Du hast jetzt 2,19 gesagt, du hast auch gesagt, ne, es ist noch gar nicht, äh, so lange, auch wenn das ja, glaube ich, ganz viele ist, dass relativ viele irgendwie, weiß nicht, noch nicht so lange im Hobby sind, weil Brettspiele ja sehr, ja, Brettspiele boomen. Hast du, jetzt vielleicht so ein bisschen hin zum Podcast, hast du von Anfang an so ein bisschen die Ambition gehabt, auch ältere Spiele zu spielen? Ja, also, ähm, ich hab jetzt nicht bewusst das mir irgendwie vorgenommen, am Anfang des, meines Daseins im Hobby sozusagen, aber, ähm, ich hab, also das Schlimme ist ja, wenn man 2019 merkt, fuck, Brettspiele sind eigentlich das Hobby für mich, dann liegen halt schon irgendwie 40 Jahre Brettspielgeschichte hinter dir und man hat halt überhaupt nicht mal die annäherndste Ahnung davon, was davon interessant sein könnte und dann probiert man die Klassiker, also so die, die bestbewertendsten Spiele so nach und nach außen, merkt so, oh Mann, es gab schon so viel geiles Zeug, es kommt viel zu viel neues Zeug raus, dass ich, äh, also mehr als ich ausprobieren kann, aber dann gibt's noch den ganzen alten Kram, der auch so gut sein soll, das heißt, ähm, Lust darauf hatte ich von Anfang an, das alles noch nachzuholen, aber es war natürlich irgendwie ein bisschen überwältigend und auch eigentlich zum Scheitern verurteilt, äh, jemals alle guten Spiele noch nachzuholen, ähm, und jetzt mit so einem Projekt, wie wir es machen, ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil das die alten Spiele eingrenzt auf eine kleinere Gruppe, ja. Das ist jetzt der perfekte Übergang, also ich meine, euer Titel macht das schon ein bisschen, deutet das schon ein bisschen an, was ist denn das Konzept von eurem Podcast, für die, die das so nicht kennen? Genau, also Preder Late Than Never, ähm, äh, spielt natürlich darauf an, dass wir, äh, ein bisschen spät ins Hobby eingestiegen sind, aber besser spät als nie jetzt eben noch einiges an Klassikern nachholen, und, ähm, dementsprechend ist das Konzept des Podcasts, dass wir und alle Spiele, die jemals den Spiel des Jahrespreis gewinnen konnten, ähm, ja, nachholen, alle noch, alle spielen, weil viele davon haben wir beide noch nie gespielt gehabt, und, ähm, genau, dann haben wir, also das kam eigentlich so, dass ich wollte schon länger irgendwas Kreatives mit dem Brettspiel-Hobby machen, gerne einen Podcast, vielleicht auch YouTube, also ich, ich wusste nicht genau was, ich hatte keine Idee für was Neues, ich wollte nicht der, noch ein Podcast sein, der einfach nur über die Spiele spricht, die er, ähm, gerade gespielt hat, weil ich finde, da gab's schon zu viel Gute, und das, das kam, da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie was Interessantes liefern kann. Und dann hat mir meine Schwester erzählt, dass ein Freund von ihr, nämlich Jacques, also das auch, also vorher waren wir so, wir kannten uns von Partys so ungefähr, wenn wir halt zufällig auf den gleichen Partys waren, und, ähm, die hat mir dann erzählt, dass der sich jetzt, äh, als Neujahrsvorsatz vorgenommen hätte, alle Spiele des Jahres durchzuspielen. Und dann habe ich, ja, sehr coole Idee, und dann kam ich halt, ähm, so einen Tag später auf die Idee, ey, warte mal, das könnte doch das Konzept sein, ähm, mit dem man einen Podcast starten kann. Also habe ich ihn angeschrieben und gefragt, und seitdem machen wir das, und, ähm, ja, jetzt spielen wir auch oft zusammen auch andere Sachen. Ähm, also das hat sich ganz gut ergeben, insgesamt. Fabian, wie war das denn dann, als du sozusagen mit der Idee des Podcasts, äh, zu Jack gekommen bist? War er da direkt offen für die, äh, Idee? Also, ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, er hat mir gerade geschrieben, er wäre jetzt doch, äh, noch, äh, angekommen zu Hause. Das heißt, wenn du willst, kannst du ihn einfach selber fragen. Ja, hi, Jack. Ähm, ich freue mich heute auch dabei zu sein. Bretter, later, never, ne? Genau, ähm, Bretter, later, never. War heute das Motto und Thema auch von mir. Ja, ich hatte leider heute Mittag noch ein bisschen irgendwie Termine, die mich verzögert haben. Aber egal wie, ich freue mich, dass ich da bin. Und, ähm, zu dem, zu der Frage will ich natürlich dann direkt antworten. Äh, ja, ich war offen für das Thema. Also, ich habe es allein schon, ich weiß nicht, wie Fabi schon geschildert hat, bezüglich, dass ich halt eigentlich vorhatte, alle Spiele des Jahres letztes Jahr zu spielen, weil ich mir so ein paar Challenges, äh, in meinem Leben gemacht habe, so als eine Art Bucketlist Pre-30, äh, wo ich so gedacht habe, die Sachen muss ich in meinem Leben noch machen. Alle Spiele des Jahres haben dazugehört. Als Fabi halt dann davon gehört hat und gesagt hat, ich will noch einen Podcast machen, können wir das kombinieren, ähm, ähm, war ich direkt offen. Und einfach auch schon, weil ich wusste, ich habe da einen Buddy, mit dem ich einige dieser Spiele auch spielen kann und muss mich nicht immer drum kümmern. Das habe ich nämlich vorher gemacht. Ähm, und deswegen hat es sich, das für mich irgendwie, war das ein schöner Synergieeffekt. Und auf der anderen Seite auch mal in diese Welt reinschauen, wie funktioniert eigentlich Podcast und wie läuft das eigentlich? Also, es hat sich ja noch spannend angehört und deswegen war ich da sehr offen, ja. Würdest du das genauso schildern, Fabi, oder hatte ich am Anfang Abneigung? Nee, ich hätte das genauso beschrieben. Also, es war eigentlich ziemlich direkt klar. Du hast, glaube ich, damals auch zu mir gesagt, du hattest eh schon überlegt, auch ob du mit deinem, äh, ob, ich glaube, war das nicht für, für Gloomhaven, wolltest du irgendwie mit YouTube anfangen oder so? Ja, sowas wollte ich auch mal machen, ja. Also, du wolltest auch irgendwie in die Richtung schon mal früher. Und das heißt, das hat sich ja dann gut ergeben. Okay, jetzt gehen wir sozusagen nochmal an den Anfang des Podcasts. Fabian hat sich sozusagen kurz schon vorgestellt und seinen Einstieg ins Hobby geschildert. Wie war es denn bei dir, Jack? Ähm, puh, meinen Einstieg ins Hobby, denke ich, hatte ich damals mit Monopoly, als ich irgendwie, ähm, nie gewinnen wollte. Also, immer im Gewinnen war, aber nie gewinnen wollte, sondern einfach, damit das Spiel weitergeht, irgendwie meinen Eltern und meinen Geschwistern Geld geschenkt habe und sie in der ewigen Mühle des Monopolies habe, äh, das Spielhassenlernen, äh, beigebracht sozusagen. Also, ich glaube, das waren so meine Anfänge des Spielens. Ähm, ansonsten hatte ich aber ganz oft, äh, oder habe ich ganz viel in meinem Leben gespielt. Nicht unbedingt viel Brettspiele, also, aber aus anderen Branchen, Videospiele, Teamsport, äh, 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 andere Sportarten. Also, Spielen begleitet mich schon sehr lange und auch viel. Ich könnte auch noch Trinkspiele nennen. Auch die habe ich, äh, intensiv in meinem Leben gespielt. Bin auch, äh, Creator von einigen. Ähm, ähm, aber so das Brettspiel-Hobby hatte ich dann angefangen, würde ich sagen, so im Studium, als mein Schwager zu mir ins Haus gezogen ist. Da war ich noch im Studium und der Mann meiner Frau, ähm, ist, würde ich sagen, ziemlicher Geek. Der Mann deiner Schwester. Was? Der Mann deiner Schwester. Was hatte ich gesagt? Der Mann deiner Frau. Ah, der Mann meiner Frau. Ja, nee. Der Mann meiner Schwester, genau. So ist das mit dem Schwager. Ähm, genau. Ja, und der ist ein ziemlicher Nerd gewesen und der hat uns von Descent erzählt, wo irgendwie ein Overlord gegen vier Leute kämpft. Und wir haben uns das einfach, also ich und noch drei Freunde aus meinem Studium, da hat er uns mal an einer Party davon erzählt. Und wir waren alle so, wow, also wie cool hört sich das denn an? Und dann haben wir das gespielt und, ähm, ja. Fünf Jahre später haben wir dann irgendwie alle Kampagnen von Descent gespielt gehabt. Und ziemlich viel Brettspiel gespielt in der Zeit. Und deswegen, ich würde sagen, ich habe gar nicht so dieses Fable bisher gehabt, auch irgendwie ganz viele verschiedene zu spielen, wo ich das Gefühl habe, das ist bei Fabi so ein bisschen das Ding manchmal. Sondern bei mir war es eher so, ich habe ganz intensiv einige gespielt. Danach haben wir uns dann mal mit Gloomhaven beschäftigt und haben das mal zweieinhalb Jahre durchgespielt und uns irgendwie alle zwei Wochen getroffen. Jetzt spielen wir gerade nochmal eine Kampagne in Descent 2, die uns gut gefallen hat. Und werden dann, wenn Frosthaven rauskommt, auch dort wieder zweieinhalb Jahre oder wie lange es halt dauert, meines Lebens in diese Kampagne stecken. Also ich bin eher so dieser große Titelspieler. Und so würde ich sagen, bin ich zu dem Hobby gekommen. Ist für dich der Reiz am Brettspiel dann auch dieses Gruppenerlebnis in solchen, ich sage mal, thematischeren Spielen? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem dieses kooperative, teilkooperative. Bei Descent hat es natürlich nochmal so ein bisschen was anderes bei Gloomhaven, weil es diesen Overlord-Charakter gibt. Das finde ich schon auch super interessant. Gerade wenn man es mal selber gespielt hat, wo einer gegen vier spielt, da entsteht auch so eine krasse Gruppendynamik am Tisch. Also so ein richtiger Hass auf den Overlord, so den einen Bösewicht. Aber dieser Teamgedanke, ich glaube, dass es auch dann am Ende irgendwie so aus dem Teamsport kommt, das hat mir einfach schon immer Spaß gemacht, so gemeinsam ein krasses Achievement zu schaffen. Und da dann eventuell auch mal zu scheitern und dann das nächste Mal besser zu machen. Also das, glaube ich, gibt mir den besonderen Reiz. Und dann habt ihr beide, also ihr spielt jetzt ja beide viel. Ich habe auch von Fabian schon Titel wie Underwater Cities gehört. Warum denn jetzt gerade die Spiele des Jahres und ich weiß nicht, vielleicht das Kennerspiel des Jahres oder Deutscher Spielepreis, weil das ja schon nochmal eine andere Zielgruppe ist, oder? Ja, also willst du, Fabi, oder soll ich? Du kannst gerne anfangen. Du hast ja ursprünglich die Idee, also du hast das Projekt ja eigentlich starten wollen mit den Spielen des Jahres. Ich glaube, es hat, also wenn ich so ein bisschen darauf zurückgehe, wie kam ich dazu, es war so ein bisschen das Thema, also vor meinen 30ern hatte ich noch so einige Ideen, was ich in meinem Leben machen will. Also vor meinem 30. Geburtstag explizit, so drei Monate vorher hat das angefangen. Also irgendwann ist es nämlich genau, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Und ich würde sagen, man, ich setze sich jetzt ein bisschen tiefer an, als es am Ende ist, aber man schaut so in den Spiegel und ich habe irgendwie so gedacht, okay, ich bin irgendwie ein Nerd und ich sehe mich auch als Nerd und ich finde das auch cool, ein Nerd zu sein. Aber ich kenne mich eigentlich halt, wie ich gerade eben beschrieben habe, gar nicht so viel mit Brettspielen aus. Kann eigentlich gar nicht so mit Brettspielen mitreden, weil ich nur irgendwie drei Titel gespielt habe, aber das halt jahrelang. Deswegen, ich glaube, ich habe mal Bock, irgendwie auf diesem Metier mitreden zu können, irgendwie die wichtigsten Spiele unserer letzten 30 Jahre kennenzulernen. Und da hat sich das für mich irgendwie super angeboten, diese Reihe mal aufzugreifen und zu sagen, okay, die will ich alle mal gespielt haben, weil die müssen runter von der Bucketlist. So war es bei mir. Ja, ich fand halt einfach auch, dass das eine Subgruppe von Spielen ist, die halt so viele Rechtfertigungen dafür hat, dass man sie sich mal anguckt. Einerseits ist es eine machbare Gruppe, also es sind irgendwie 40 Titel oder so, das kann man als Projekt sich vornehmen. Dann ist es, ist der Spiel des Jahrespreises natürlich der Preis in der Brettspielszene. Es gibt natürlich noch andere Preise, die auch für bestimmte Spielertypen und so entscheidender sind als das Spiel des Jahres vielleicht, aber das ist trotzdem der, der die meiste Aufmerksamkeit kriegt, auch über die Brettspielbubble hinaus halt und auch über Deutschland hinaus. Dementsprechend sind das alles Spiele, die in der Hinsicht halt einfach die Rechtfertigung haben, dass man sie sich mal anguckt und über sie spricht. Ja, ich glaube, das waren so die zwei Hauptgründe. Und natürlich, uns beiden würden, glaube ich, zum Beispiel die Kennerspiele eher liegen so vom Geschmack, aber das ist halt auch eine kleinere Gruppe, gibt es noch nicht so lange und das Spiel des Jahres ist auch das Original. Also das ist der Preis, mit dem alles angefangen hat. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich, fand ich das von vornherein interessant, mir die alle mal anzugucken. Zwischendurch bereut man das dann auch mal wieder, aber... Ja. Was war bisher, würdest du sagen, dein most hated Game, was wir gespielt haben? Oh, auf jeden Fall Sagerland. Sagerland? Ich weiß, das finden ganz viele Leute so schön, weil sie es als Kind gespielt haben, aber also wirklich, das würde ich nur... Und noch nicht mal, wenn mich jetzt einer fragt, glaube ich, ey, kannst du mir das mal zeigen? Da würde ich sagen, nee, hier kannst du haben. Du denkst dir selber bei. Ich glaube, bei mir war es Dampfroß. Ich glaube, also diese zweite Runde Dampfroß hat sich für mich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ja. Aber egal. Ich bin nicht der, der die Fragen stellt. Ach du, da muss ich weniger reden. Alles gut. Wie war es denn dann sozusagen in Vorbereitung für die erste Folge, ne? Haas und Igel 1979 erschienen, das ist schon ein bisschen her. Wie war das denn, das zu spielen für euch? Also eigentlich überraschend cool, ne? Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen für alle, die die Folgen noch nicht gehört haben und das jetzt vielleicht tun wollen. Aber Haas und Igel kamen gar nicht so schlecht weg bei uns. Das war überraschend gut. Aber also viel interessanter fand ich eigentlich, also dieses ganze Projekt anzugehen, weil ich habe am Anfang halt mich hingesetzt und habe so geguckt, wer hat eigentlich welches Spiel schon? Wer muss noch welches Spiel kaufen? Wir waren auch am Anfang eigentlich drei Leute. Es wäre noch eine Arbeitskollegin von mir dabei gewesen. Die hat dann aber aus Zeitgründen sich dagegen entschieden. Die hört uns aber immer und hört vielleicht ja dann auch diese Folge. Also liebe Grüße an Lisa an der Stelle. Aber wir haben am Anfang uns trotzdem immer mit ihr getroffen zum Spielen. Und dann waren das so zwei, drei Abende, in denen wir mal so die ersten paar Spiele weggespielt haben. Und das hat einfach Spaß gemacht, weil man so ein, ganz unabhängig von den Spielen, weil man so einen Sinn plötzlich da drin hatte, im Spielen so ein extra, ja. Und also deswegen, von den Spielen her war das am Anfang eigentlich egal. Es hat einfach auf jeden Fall Spaß gemacht, egal ob das Spiel gut war oder nicht. Ich hoffe, dir ging das genauso, Jacques. Ja, also gerade würde ich sagen, in der ersten Runde war ich sehr überzeugt. Und Hase und Igel hatte ich, ich hatte ja mit meiner Challenge schon ein paar Wochen vorher angefangen und hatte dann schon die ersten drei, hatte ich mir immer mal eine Gruppe gesucht. Und Hase und Igel kamen immer gut an. Also das habe ich dann auch, ich kannte es vorher auch nicht, habe es da kennengelernt in der Challenge und habe irgendwie, glaube ich, in vier Runden das gespielt und eigentlich fanden es alle cool. Und ich habe es auch tatsächlich, gerade am Wochenende, hat mich nochmal jemand auf unseren Podcast angesprochen und ich habe da auch gesagt, ja, hör mal rein. Manche alte Spiele sind richtige Juwelen. Und so ist Hase und Igel für mich auch was, was ich sagen würde, das kann ich noch ein paar Mal spielen in meinem Leben. Ich kannte es vorher nicht. Das ist aber leider nicht bei allen Spielen aus den 90ern, aus den 80ern so. Also das kann man leider nicht für alle sagen, Sagerland. Wie haben denn generell eure MitspielerInnen so reagiert, als sozusagen ihr packt das auf den Tisch und Fabian hat es am Anfang schon gesagt, es gibt so viele tolle Spiele, die jedes Jahr erschienen, die man eigentlich auch ausprobieren möchte. Und dann kommt ihr mit, keine Ahnung, ich habe geguckt, kannte ich vorher gar nicht, Folge 3 redet über Fokus von 1981, was jetzt nicht so schick aussieht. Ja, da kann man sich auch drüber streiten. Uns beiden gefällt das Cover, nämlich bisher fast am besten von allen Spielen des Jahres. Das Spiel selber ist natürlich ein bisschen, es sind halt Plastikhütchen, die über den Tisch hüpfen. Ja, aber das ist übrigens auch eher, also das ist bei uns auch gut angekommen. Schwieriger ist es halt, es stimmt schon, wir haben, du brauchst ja immer drei, vier Leute, gerade für die Spiele des Jahres, die sind oft so auf die Gruppengröße ausgelegt. Also zumindest, wenn man ernsthaft über das Spiel reden will, sollte man es auch mal mit mehr als zwei Leuten gespielt haben. Ja, und da müssen wir uns halt immer Leute dazu holen. Und es ist halt schon blöd, weil man hat eh öfter mal das Problem, dass man, dass Leute jetzt nicht so begeistert sind, dauernd Brettspiele zu spielen. Und wenn man denen dann auch noch was vorsetzen muss, das vielleicht gar nicht so gut ist, ja, dann verkrault man sich die vielleicht langfristig. Und bei uns mussten da auch Verwandte und Freunde jetzt schon mehrfach herhalten. Und, äh, aber dann haben wir halt in der Hinterhand immer noch ein Spiel, das Spaß macht, so, für danach. Ja, und ich würde sagen, die, die wir bisher abgestraft haben, die halten das auch ganz gut durch. Und die haben auch eigentlich alle Bock. Also, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel an dem Abend, als wir Sagerland gespielt haben, das war ganz fürchterlich. Da war das mal dabei, oder? Und dann haben wir danach noch Scotland Yard gespielt. Ah, ja, stimmt. Laurin und Luise, also meine Schwester und ihr Freund waren dabei. Ja, schwieriger Abend war das. Wie ist es denn? Also, ne, man musste solche Spiele ja irgendwie schon in die damalige Zeit einordnen. Das ist ja genauso auch wie mit Filmen oder auch anderen Sachen. Wie versucht ihr das hinzukriegen? Weil gerade irgendwie mit eurem Wissen, ne, wenn ihr sozusagen super viele moderne Spiele gespielt habt, dann kommt ihr da zurück und merkt so, ach, huch, ja, das war noch mal eine andere Zeit. Ich würde sagen, das ist ja auch manchmal so eine Frage, die wir versuchen, im Podcast so ein bisschen zu beantworten. Dieses Thema, wie passt dieses Spiel eventuell in die Zeit oder würde es irgendwie heute in die Zeit noch passen? Und wir stellen diese Frage immer. Ich habe aber, ich glaube, uns das beiden aber bewusst, dass es eigentlich immer nur eine Antwortmöglichkeit geben kann. Also, das neue Spiel passt, könnte theoretisch früher den Titel gewinnen, eventuell. Irgendwann kommt das erste Spiel, das der zeitlose Klassiker ist. Irgendwann ist es soweit. Ja, das kommt. Also, wir sind, glaube ich, nicht weit davon entfernt. Aber andersrum ist es halt selten so. Ich glaube, wir hatten beide schon so einen Titel gespielt, wo wir sagen würden, okay, dieses Spiel würde auch noch heute in die Zeit ohne Probleme passen und hätte vielleicht sogar Chancen, irgendwie auch heute noch mal einen Titel zu gewinnen. Aber das ist dann sehr subjektiv, würde ich sagen, weil mir das Spiel dann sehr gut gefällt. Und andersrum gibt es das eigentlich nicht. Es ist aber für mich, also ich meine, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen noch mal die Zeit zu durchleuchten. Was war denn in der Zeit? Das habe ich vorhin bei dem Konzept voll vergessen mitzuerklären. Also, wir reden ja nicht nur über die Spiele des Jahres, sondern auch über die Jahre dann noch und gucken, was da so los war. Und versuchen das schon auch ein bisschen einzuordnen. Aber man merkt, man ist halt aus einer anderen Generation. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn wir mal so in die 2000er kommen, die man auch schon selbst erlebt hat, wo man auch schon selbst irgendwie aktiv die Sachen mitverfolgt hat. Ob man da schon besser einschätzen kann, wie so der Zeitgeist ist. Weil den Zeitgeist der 80er für jetzt jemanden zu greifen in der Vorbereitung, die wir machen, ist schon, würde ich sagen, schwierig. Ich glaube auch einfach, dass die Spiele ... Wir haben ja, das haben wir übrigens in ein paar Folgen gemacht, in ein paar vergessen. Und wenn wir dran denken oder es sich ergibt, machen wir es halt immer noch. Aber wir haben uns eigentlich am Anfang vorgenommen, immer noch, nachdem wir dann das Jahr besprochen haben, aus diesen Fakten, die wir da gesammelt haben, den Wild Guess abzuleiten, warum dieses Spiel natürlich in dem Jahr das Richtige war. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, das macht Spaß, da irgendeine blöde, lustige Verbindung zu finden. Aber ich glaube, dass die Spiele, die Brettspielszene, ist immer noch eine ziemlich kleine Bubble. Und früher war sie noch viel kleiner. Das heißt, der Zeitgeist und die Brettspiel-Bubble, oder der Zeitgeist der Brettspiel-Bubble und der Zeitgeist allgemein haben auch nicht immer irgendwie wirklich was miteinander zu tun. Also, ob jetzt ein Eisenbahn-Spiel in den 80ern gewinnt oder in den jetzt, heute, das hat nichts damit zu tun, ob jetzt gerade Eisenbahn in Mode ist, glaube ich. Manchmal kann das vielleicht einen Einfluss haben, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das Brettspiel ja eh eher so wie, ich weiß nicht, also wie Bücher oder so. Wenn die gut sind, sind sie gut. Da gibt's, wobei, da gibt's wahrscheinlich auch Trends. Kenne ich mich zu wenig aus. Meint ihr, das könnte darin liegen, dass Brettspiele immer noch sehr so als Produkt wahrgenommen werden? Also, ich hab das Gefühl, gerade wenn man so vielleicht im Filmbereich ist, da merkt man schon, dass bestimmte Themen irgendwie sehr zum Zeitgeist passen. Also, es gibt eine Zeit, wo es irgendwie mehr dystopische Filme gab und dann gab's auf einmal irgendwie Zeit, wo man optimistisch in die Zukunft geblickt hat. Ja, ich weiß nicht, ob das sich in Brettspielen auch so niederschlägt. Das wäre eine interessante Frage. Den müsste man mir den Boardgame-Historien da fragen. Ich hab vergessen, wie er heißt, aber der könnte da vielleicht eine Antwort liefern. Aber bei Filmen hab ich auch so das Gefühl, oder bei all diesen Kunstprodukten, zu denen ich auf Brettspiele übrigens zählen würde, finde ich, gibt es immer Trends innerhalb dieses Kunstprodukts. Also, es gibt zum Beispiel im Moment ja seit jetzt, keine Ahnung, 15 Jahren einen Superhelden-Filmflut, weil der eine gut ankam und dann gab's ganz viele und das ist dann so ein Snowball-Effekt. Aber er hätt's den einen Film nicht gegeben. Also, ich glaub nicht, dass irgendwie unbedingt ein gesellschaftlicher Bedarf nach Superhelden-Filmen da war, sondern das wurde halt gut umgesetzt und dann hatten die plötzlich eine Fanbase und dann baut das so aufeinander auf. Und so ist das, glaub ich, bei Brettspielen auch eher. Also, ich glaube, das kommt's eher drauf an, dass das richtige Spiel rauskommt und dann einen Hype auslöst für bestimmte Themen und weniger, dass die Gesellschaft jetzt unbedingt gerade irgendwelche Themen in Brettspielen braucht. Und ich hab, würd ich sagen, bei Brettspielen noch mehr so das Gefühl, dass weniger das Thema wirklich entscheidend ist als mehr die Art von Regeln. Also, dass es schon artverwandte Spiele vom Regelwerk gibt und da tritt meines Erachtens genau der Effekt, auf den Fabi grad so geschildert hat. Also, ich bring Codenames raus und dann wird acht Jahre später Pictures, Spiel des Jahres, was eine gewisse Ähnlichkeit hat. Nicht unbedingt wirklich vom Spiel selbst, aber man erkennt irgendwie Ähnlichkeiten in den Spielen. Und ich glaub, das ist noch viel krasser bei Brettspielen, ja. Oder dieser Effekt. Und bei den Themen, denk ich, dass es halt, da geht's dann eher, wenn's quasi aus der Brettspielbubble rausgeht, welche Spiele verkaufen sich über die Brettspielbubble hinaus, auch gut, das hängt, da spielt das Thema dann eine Rolle. Also, jetzt Naturthemen zum Beispiel kommen grad gut an, Katzen sind wahrscheinlich immer gut. und irgendwelche Monster, die von irgendeinem Helden in Boxershorts mit Schwert dann getötet werden, kommt halt allgemein eher nicht so in der großen Masse an. Das ist dann für die Brettspielbubble, ja. Aber wenn der Verlag ein Spiel macht, das er für die breite Masse rausbringen will, dann nimmt er wahrscheinlich auch ein Thema, das grad gut ankommt. Aber warum das denn jeweils ankommt, dann musst du Soziologen fragen oder so, keine Ahnung. Ich bin grad überlegen, ob man diese Mechanik, keine Ahnung. Wir haben vielleicht einen Trend zu kooperativen Spielen. Liegt das vielleicht daran, dass wir in einer unsicheren Zeit leben? Ganz plakativ nachgefragt bei euch. Also, bei mir gibt's keinen Trend zu kooperativen Spielen. Also, ich hatte immer so das Gefühl, kooperative Spiele setzten sich einfach durch, weil sie noch, immer noch, würde ich sagen, was relativ Neues sind. Also, diese, es gibt nicht viel, oder es gab früher nicht viel kooperative Spiele, es gab aber welche. Wir haben ja auch schon welche gespielt, Fabi. Also, auch aus der 80er-Reihe. Aber ich hab die, würde ich sagen, kennengelernt. Da war ich irgendwie 23, 24 oder so. Und vorher kannte ich das nicht. Und das ist halt schon, das ist so eine ganz andere Art von Spielen. Also, du spielst miteinander, hast einen schönen gemeinsamen Abend. Man hat halt oft einen leichten Einstieg dadurch. Also, auch Leute, die nicht viel spielen, haben dann nicht so viel Respekt vor der Regelhürde oder nicht irgendwie Angst, dass sie halt keine gute Zeit haben, weil sie das Spiel nicht verstehen oder so, weil man sich ja gegenseitig die ganze Zeit helfen kann. Bei den meisten kooperativen Spielen zumindest. Ich hab lustigerweise gerade vorgestern Freunde hier, also einen Freund, mit dem ich oft spiele. Schönen Grüße an Lukas. Und seine Freundin war zum ersten Mal dabei. Und sie spielt auch gerne, aber nicht so oft. Und die hat sich dann am Anfang gewünscht, dass wir ein kooperatives Spiel spielen. Wahrscheinlich, weil sie erst mal halt sich mit der Gruppe vertraut werden wollte und dann nicht irgendwie direkt irgendwas Schwieriges spielen wollte. Und dann hab ich die Crew ausgepackt. Das war aber im Nachhinein betrachtet, finde ich, die falsche Entscheidung, weil die Crew, da kann man sich nicht gegenseitig helfen. Ja, das ist ja die Art von kooperativen Spiel, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, die mir gut gefällt, wo man nicht über alles reden darf. Aber das ist dann natürlich für den Moment eigentlich genau das Falsche gewesen. Also, da hätten wir lieber irgendwie Pandemic oder sowas spielen sollen vielleicht. Ja, oder einfach mal eine Runde Top Ten zum Kennenlernen. Oder so. Oh, ja, gut, wir waren nur zu viert da. Und vor allem bei die Crew fühlt man sich halt, finde ich, extrem oft so unter Druck, jetzt bloß nicht die falsche Karte zu spielen. Also, im Nachhinein hab ich mir auch gedacht, das war nicht die richtige Idee. Das heißt, nicht jedes kooperative Spiel hilft, glaube ich, dieser, was wir gerade gesagt haben, dieser Regel und Hürde und das gemeinsame, schöne, einfache Spiel. Aber die meisten eben doch. Und, ja, ich denke, das ist auch ein Faktor. Ich glaube, der größte ist vielleicht wirklich, was Schack gesagt hat, dass das für viele Leute, die nicht so in der Szene drin sind, halt immer noch was Neues ist plötzlich. Dass sie sagen, hä, wie? Wir gewinnen alle gemeinsam. Jetzt habt ihr auch schon gesagt, dass ihr immer so ein bisschen, weiß nicht, Zeitgeschehen einordnet, irgendwelche Fun-Facts holt, irgendwelche Worte, Unworte des Jahres, Tiere des Jahres. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Habt ihr irgendwie, also, ich merke das auf Twitter, da haben Fabian und ich auf Twitter schon gemerkt, es gibt sehr viele Leute aus dem Saarland, die in der Brettspiel-Pawel auf Twitter unterwegs sind und sehr viele Lehrkräfte. Also, ich glaube, die Vogel-des-Jahres-Idee ist mal irgendwann eingestreut worden. Sehr random von mir. Unvorbereitet für Fabian. Irgendwann direkt in der ersten Folge. Damit habe ich eine Anspielung für einen alten Freundeskreis von mir gemacht, die mit mir im Studium waren. Weil da gab es irgendwann mal einen Professor, der das so getroppt hatte. Ja, dieses Jahr ist irgendwie die Älster der Vogel-des-Jahres, wie ihr alle wisst, und hat dann einfach weitergeredet. Und das wurde dann so ein bisschen zum Running-Gag in unserer Gruppe halt. Ja, wisst ihr ja, Vogel-des-Jahres, und wir haben es dann auch jedes Jahr einmal geschrieben, wenn die Wahl war. Und dementsprechend sind wir, da haben wir das Hobby-mäßig verfolgt, das Thema Vogel-des-Jahres. Und deswegen wollte ich es in diesem Hobby auch irgendwo unterbringen. Bietet sich auch schon schön an, weil es ein Audio-Format ist und Vögel ja hauptsächlich durch ihren Gesang, oder nicht hauptsächlich, aber auch durch ihren Gesang so interessant sind. Aber ich würde sagen, das, was wir daraus gemacht haben, das war dann eher im Fabi-Send-Part, also die ganzen anderen Themen des Jahres mal noch mit aufzunehmen. Und das ist halt, also ich glaube, das hat uns beiden gut gefallen, weil es halt da so unendlich viel Quatsch auch gibt. Ja, und vor allem, weil man halt, also diese ganzen Worte, alle HMM-HMMs des Jahreskategorien sind halt so ein bisschen dankbar für uns beide, aber auch für die Zuhörer, weil die so, die kann man leicht, also die geben so ein bisschen Struktur. Weil vorher reden wir ja oft dann irgendwie 20 Minuten lang wild kreuz und quer durch die Welt, also irgendwie, da reden wir von irgendwas großem Politischen, was passiert ist und dann im nächsten Moment, dass irgendwie das erste alkoholfreie Bier rausgekommen ist oder irgendwie so ein Blödsinn. Also es ist so ein bisschen chaotisch, was auch lustig ist. Oder das Tempolimit in Buchsehude, ein Klassiker. Ja, solche Sachen halt. Und dann kommt am Schluss aber kurz immer noch so was, auf das man, wo man weiß, ah, jetzt kommt wieder Wort des Jahres, Unwort des Jahres, zack, zack, zack. Das hat sich irgendwie so angeboten und vor allem interessiert es mich auch echt wirklich diese ganzen Kategorien. Voll. Jetzt in der letzten Folge habt ihr über Auf Achse und Hanabi geredet, also 1987 und 2013. Jetzt ist das endlich ja irgendwann terminiert. Was macht ihr dann? Wisst ihr das schon? Also wenn sich sozusagen die, ja, wenn sich nicht die beiden Spiele treffen? Ja, dann, äh, weiß nicht, ob wir dann implodieren einfach auf der Stelle. Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Falls nicht, das haben sich die Spielträumers übrigens auch schon gefragt in ihrem Podcast damals und da konnte ich ja nicht antworten. Ähm, aber erst mal schöne Grüße, dass die haben uns da auch am Anfang direkt irgendwann mal ein Shoutout gegeben. Das hat uns sehr gefreut. Und jetzt kommt verspätet die Antwort. Ähm, und zwar Podcast fragen, Podcast antworten. Genau. Genau. Und, äh, also, es gibt ja auch noch die Kennerspiele des Jahres, zum Beispiel. Ne? Und es gibt auch noch ganz andere Sachen. Also, zum Beispiel gibt's auch noch, hab ich mich letztens, das kam mir letztens so als mögliche Idee, äh, als nämlich der, äh, Gloomhaven vom Thron gestoßen wurde auf Boardgamegeek und jetzt Braz da ist, dachte ich mir, man könnte ja auch mal alle Spiele spielen, die jemals auf Platz 1 bei Boardgamegeek waren, zum Beispiel. oder, was weiß ich, deutsche Spielepreise. Es gibt also ja noch einiges, was man ausprobieren könnte. Oder zwei Personenspiele wird sich bei uns ja auch anbieten, da gibt's auch extra Preise dafür. Äh, also uns wird schon was einfallen nach den Spielen des Jahres. Und, genau. Außerdem gibt's vielleicht auch noch andere Nebenserien, die wir noch zusätzlich aufmachen können, wenn uns was einfällt. Da hab ich auch schon so eine Idee, hab ich mit Jacques auch schon drüber geredet, die Woche zufällig grad. Ähm, wenn man irgendwie noch mehr zu erzählen hat, dann machen wir das vielleicht auch noch nebenher. Und ich hab auf jeden Fall auch noch Bock, also da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, auf das Kinderspielprojekt, also da irgendwie Kooperationspartner zu finden und Kinder an den Brettspieltisch zu bekommen, hab ich auch Bock. Also, genau. Das ist auch noch so eine Idee, die in unseren Köpfen rumschüttet. Ihr habt jetzt ja schon sozusagen über einige Spiel des Jahres Titel gesprochen. Erkennt ihr so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Trend, so auf dieser Meta-Ebene? Gibt's, würd ich sagen, es gibt allgemein, abgesehen vielleicht von der Komplexität, Gemeinsamkeiten bei den, bei denen nicht nur Nominierten, sondern bei den Spielen, die gewonnen haben? Also, wir spielen das ja von zwei Seiten runter, ne, also die Modernen und die Alten und bis sie sich in der Mitte treffen. Und ich würd sagen, hab ich mir jetzt noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber spontan kommt's mir so vor, als wär's in den früheren Jahren komplett wahllos alles Mögliche gewesen. Also, in den neueren Jahren zeichnen sich eher Trends ab, dass so jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren öfter mal, in den letzten zehn Jahren öfter irgendwie so einfache Kommunikationsspiele mit berücksichtigt wurden oder so, wie Just One, Codenames, Top Ten, also jetzt nicht nur bei den Gewinnern, auch bei den Nominierten, aber das ist irgendwie was, was da anscheinend gut ankommt. Aber in den ersten paar Jahren, also ich mein, wir haben Hase und Igel und danach Rummikap, das ist was komplett anderes, dann Focus, das ist so ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, also da ist irgendwie so, früher war irgendwie noch gar keine Ordnung drin, so keine Linie, was auch lustig ist irgendwie so jetzt, das macht Spaß, man weiß nie, was man jetzt als nächstes aus dem Topf zieht. Und genau, aber ich glaube, in jüngeren Jahren pendelt sich das eher so in bestimmte Richtungen ein. Und ich glaube auch, da waren wir noch nicht, aber so um die 2000er rum, sind die Spiele sich auch irgendwie ähnlicher wieder, also Alhambra, Carcassonne zum Beispiel, finde ich, das ist so, schlägt so in die gleiche Kerbe und ja, aber das könnte, das ist vielleicht auch was für eine Extra-Folge, wenn wir durch sind mit den Spielen des Jahres, da mal so ein bisschen Meta-Gedanken anzustellen. Da muss ich mal Gedanken dazu machen. Ich habe es auch vorher tatsächlich noch nicht gemacht. Es fällt mir auch schwer, da jetzt irgendein Muster zu erkennen. Ich meine, dass das in den 80ern wirklich sehr random war. Ich denke dann auch irgendwie noch an Sherlock Holmes. Ist ja auch nochmal so ein ganz anderes Spiel irgendwie. Aber die Neueren haben eine gewisse Ähnlichkeit. Gerade ist auch irgendwie bei den Nominierten immer irgendwie was Ähnliches dabei, würde ich sagen. Da erkennt man vielleicht ein bisschen Muster, aber ob ich das schon Meta nennen würde, weiß ich nicht. Also letztes Jahr war halt auch Scout dabei. was schon eine gewisse Individualität hatte, würde ich sagen. Ihr spielt jetzt ja auch noch andere Spiele. Juckt es euch nicht manchmal dann in den Fingern am Mikro auch darüber zu reden? Also ich glaube, das ist ja schon irgendwie ein Spaß, den viele Podcaster haben auch zu sagen, jetzt habe ich letzte Woche den neuen heißen Scheiß gespielt und jetzt will ich darüber reden. Ja, also tatsächlich, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich habe mit Jacques schon die Woche darüber geredet, dass ich gerne so vielleicht eine neue Serie noch nebenher einem Podcast laufen lassen würde, weil ich habe im letzten Jahr ziemlich viele Brettspiele gekauft und das Problem ist, ich habe viele gebraucht gekauft und da ist es ja oft so, dass Leute irgendwie gleich 20 Spiele anbieten und dann denkt man sich, ja guck mal, wenn ich das jetzt kaufe, der bietet ja auch noch das an, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und das da ist auch ganz günstig und für den Preis muss ich das eigentlich auch gleich mitkaufen. So, dann sammelt sich halt irgendwie so ein Stapel an, den kennt ja wahrscheinlich jeder in der Brettspielszene, den Pile of Shame, aber bei mir hat der jetzt ein Maß erreicht, wo ich mir gedacht habe, nee, so geht das nicht, ich muss den jetzt durchspielen, ich muss mich irgendwie dazu zwingen und vielleicht fange ich das mit meiner Freundin, die war übrigens auch schon in einer Folge dabei, als wir den Bretterbericht aus Brasilien gesendet haben, fangen wir an, da mal unseren Stapel der Schande im Podcast wegzuspielen sozusagen. Weil, ja, ich hätte Bock darüber zu reden, wenn ich neue Spiele spiele, durchaus. Ob das dann interessant ist, weiß ich noch nicht, da müssen wir uns vielleicht noch was einfallen lassen, wie wir das ein bisschen aufpeppen, aber da wird schon irgendwas dabei rumkommen. Ja, wie gesagt, wenn ich mich ansonsten treffe, spiele ich ein bisschen mit Fabi, wir hatten ja bei der Folge aus Berlin, hatten wir ein bisschen neue Eindrücke auch geshared in unserer Sonderfolge, da hatten wir auch beide Bock, irgendwie über die Spiele, die wir gespielt haben, alle zu reden. Ansonsten spiele ich halt eher lange dasselbe Spiel. Jetzt könnte ich, glaube ich, tagelang über Gloomhaven erzählen, aber das würde die Leute, glaube ich, eher langweilen, als das, oder ich weiß nicht. Da würde ich die Zielgruppe einfach ein bisschen eingeschränkt. Ja, da würde ich die Zielgruppe sehr einschränken, ja. Ich denke aber, wenn Frosthaven rauskommt, dann hätte ich schon Bock, dazu eine extra Folge zu machen. Aber wenn wir irgendwann mal die Spiele durchspielen im Podcast, die jemals auf Platz 1 bei Boarding Geek waren, dann können wir ja zu Gloomhaven eine extra große Folge machen. Oder mehrere. Ich meine, es gibt ja ganze Podcasts, die sich nur mit einem Spiel beschäftigen. Es gibt ja zum Beispiel Marvel Champions, die gefühlt, also, ne, wo ich bemerkenswert finde, wie ausführlich man über das Spiel sprechen kann. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, weil ich habe so einen Podcast mal gehört, ich habe ihn nicht fertig gehört, aber das sind so zwei, die ganz große Zurück in die Zukunft Fans sind und die haben einen Podcast über Zurück in die Zukunft und sie reden halt jede Folge über eine Minute von dem Film. Aber dann halt über alles. Ja, auch was da im Hintergrund für eine Kaffeetasse auf dem Tisch steht und so Zeug. Und da habe ich mir auch schon gedacht, man könnte ja auch so ein Riesenbrettspiel nehmen und man so eine Partie wirklich immer für einen Zug eine Folge, wo man irgendwie dann so drüber redet, guck, das sind jetzt meine Optionen. Was, was sollte ich tun? Und dann drüber diskutieren und am Schluss irgendwie einen Zug machen. Aber ich, das ist halt für richtige Nerds dann, die auch dieses Spiel voll abfeiern, aber ich glaube, das wäre kein erfolgreicher Podcast. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, dass, ich sage mal in Anführungszeichen, Problem haben ganz viele Leute, die podcasten, die ersten Folgen sind noch relativ kurz und dann wird es immer länger. Jo, war bei uns, glaube ich, auch so. Wobei, wir haben schon auch mit einer Stunde angefangen schon, glaube ich, aber mittlerweile ist es schon eher so eineinhalb Stunden bis, die längste war, glaube ich, über zwei Stunden, als der Prädagoge zu Besuch war, der Herr Wagner. Ja, manchmal verquatscht man sich ein bisschen, das stimmt schon. Ja, bei der Herr Wagner-Folge haben wir ja noch Unterricht mit eingebaut in Prädagogen-Manier. Das war halt die extra halbe, dreiviertel Stunde dann. Ja, 45 Minuten, eine Schulstunde extra haben wir gemacht. Ja, eine Schulstunde extra gemacht. Aber es ist schon irgendwie so eine Sache. Ich glaube, wenn man sich einmal irgendwie eingegroovt hat und regelmäßig podcastet, dann neigt man irgendwie dazu, sich nicht kurz halten zu können oder zu wollen vielleicht auch. Ja, manchmal verquatscht man sich einfach. So würde ich es halt nennen. Also bei uns ist ja auch so, wir überraschen uns ja immer ein bisschen mit den Themen, die wir so uns gegenseitig präsentieren. Manchmal ist auch dasselbe, was wir uns irgendwie rausgesucht haben. Dann wird dieses Thema schon mal ein bisschen kürzer. Aber manchmal ist das dann auch einfach für uns beide so interessant, dass wir uns da drin ein bisschen verlieren und dann auch einfach mal irgendwie zehn Minuten noch extra drüber reden. Ja, genau. Ich denke auch, das ist wahrscheinlich auch nicht was für jedermann, aber denen, denen es gefällt, gefällt es dann halt vielleicht erst recht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so die Fakten da durchgehe in dem Jahr und dann kommt irgendwas, wie zum Beispiel letztens war in irgendeiner Folge, habe ich gelesen, dass Frack der Titanic gut gefunden in dem Jahr. Und das könnte man einfach so als Fact sagen und dann weitergehen, aber da ist ja eine solche Unmenge an Zusatzinfos potenziell hinten dran, wo es auch Spaß macht, einfach mal in dieses Rabbit Hole reinzuspringen und dann alle möglichen Infos zur Titanic zu suchen und wie lang war die, wie groß war der Schlitz, denn der Eisbeck da reingerissen hat, keine Ahnung, wer ist da zuerst runtergetaucht und bla bla bla. Das habe ich dann halt auch eine Viertelstunde lang drüber erzählt, einfach weil es mir Spaß gemacht hat, diese ganzen Facts rauszusuchen. Und genau, also wenn sowas sich anbietet, dann nehme ich die Fährte immer gerne auf und verbringe dann auch in der Vorbereitung gerne mal eine halbe Stunde für einen Fakt irgendwo. Ja, so geht es mir auch. So hatte ich bei der letzten Folge rausgefunden, dass mit diesen Zahlen von 2013 und 1987, dass das... Erzähl das mal als kurzen Teaser hier für unsere Folge. 1987 war... Also die Folgen waren über 1987 und 2013, die beiden Spiele. Und es gibt halt einfach einen Zusammenhang zwischen diesen zwei Jahreszahlen, weil 1987 war das letzte Mal vor 2013, dass vier unterschiedliche Ziffern in der Jahreszahl waren. Und es gab noch irgendwas. Ja, 2013 war die erste seit 1400 irgendwas, wo drei aufeinanderfolgende Zahlen in der Jahreszahl waren. Ja, also solche mega interessanten Facts bekommt ihr bei Bretter, Late and Never am laufenden Band geliefert. Schule ist ein Witz dagegen. Das muss ich jetzt mal auf mich wirken lassen. Habt ihr schon Feedback von Leuten bekommen, die vielleicht durch euren Podcast nochmal so ältere Spiele ausprobiert haben? Weil ich glaube schon sehr, glaube ich, bei allen irgendwie, die im Hobby drin sind, sehr dieses Calt of the New ist, ne, wir wollen ausprobieren, was, ah, was jetzt gerade erschienen ist. Also ich glaube, sogar bei unserer ersten Folge hatten wir irgendwie einen Twitter-Post von jemandem, der uns dann Bilder von seinem Original Hase und Igel geschickt hatte und gesagt hat, geil, packe ich nochmal aus. Gute Besprechung. Er hat es sogar abgeändert, weil wir doch, wir haben darüber erzählt, was die neue Auflage für eine Regeländerung hatte. Die haben das erste Salatfeld versetzt und da hat sich das dann zurecht gebastelt. Und da hat er uns so ein richtig amüsantes Haus drunter geschwärmt. Kann schon sein, dass da manchmal nochmal wieder was ausgepackt wird. Ich denke, bei Focus wurde bestimmt auch nochmal ausgepackt, falls es noch jemand daheim hatte. Ja, bei Focus haben wir so geschwärmt, dass ich jetzt schon öfter, wenn Leute bei mir hier zu Besuch gekommen sind, die den Podcast gehört haben und sehen dann Focus da stehen, sagen sie, ach, das ist dieses Spiel. Das ist ja mega interessant. Und es bietet sich natürlich nie an, das zu spielen, weil wir immer zu viele sind oder halt auch, es einfach nicht passt so gerade in die Runde. Aber ja, ich glaube, die Leute kennen das jetzt wenigstens dann danach. Heißt nicht, dass sie es unbedingt spielen, aber die haben mal davon gehört, weil ich hatte zum Beispiel von Focus nie gehört. Nee, ich auch nicht. Wie ist es denn bei den ganz frühen Titeln gewesen? Also ich glaube, also ne, sobald da mehr Publicity drin war, inzwischen kommt man relativ gut an die Spiele des Jahres Titel ran. War das bei den ersten noch schwieriger? Also gut, Hasenig ist ja auch schon ein sehr großer Klassiker. Das gibt es ja auch noch in Neuauflagen. Genau. Und sonst, ich habe eigentlich noch beim Spiel des Jahres noch bei keinem Probleme gehabt. Da kommt man relativ günstig dran, gebraucht. Hattest du dir Fokus auch gekauft? Ich habe Fokus auch, ja. Und was hattest du bezahlt? Weißt du es noch? Boah, ich weiß nicht, zwölf Euro oder so, glaube ich. Weil da hatte ich, glaube ich, relativ viel dafür gezahlt. Das habe ich irgendwie nicht auf dem Gebrauchtmarkt gefunden. Also ich glaube, ich hatte da 30 Euro noch bezahlt dafür, für ein Gebrauchtes. Das Schöne ist, wenn man sie original findet, dann versuche ich auch immer die Originaldinger zu kaufen, weil dann macht man die auf und es riecht so richtig schön nach Keller aus 80er Jahre Kellerluft, die dann da immer so entweichen. Da kann man immer so eine kleine Zeitreise machen. Haben wir über Paparossa gesprochen? Nee, das ist die nächste Folge. Das ist die nächste Folge, okay. Ja, das war zum Beispiel ein Problem, wenn man das Gebrauchte kauft. Da ist ja Knete drin. Und die Knete war schon lange, lange mumifiziert. Und bei Dampfraus war es so ein bisschen das Problem, dass die alten Stifte nicht mehr funktioniert haben. Ja. Also so Sachen halt. Das sind kleine Problemchen. Aber ansonsten, die meisten, gerade das Spiel des Jahres ist ja häufig ein Klassiker gewesen. Oder dann zumindest, wenn es heute nicht mehr gespielt wird oder aufgelegt wird, dann wurde das damals wenigstens so viel verkauft, dass da noch sich Exemplare bei Leuten rumliegen, die es nicht mehr haben wollen. Wie ist es mit eurer Sammlung? Werdet ihr, behaltet ihr jeden von den Titeln, selbst wenn die euch nicht gefallen, einfach der, weil, keine Ahnung, ihr habt es für den Podcast gekauft und jetzt ist es so als Sammlung? Also mein Ziel ist es, die Spiele alle am Ende zu besitzen auch. Und wahrscheinlich sind sie dann auch irgendwann, momentan sind sie in einem Kämmerchen sehr an einem, ja, nicht Premium-Platz, würde ich sagen. Aber, ich glaube, wenn ich sie so fertig habe, werde ich schon so eine kleine Ausstellung davon machen. Vielleicht auch irgendwie sie mal alle an der Wand hängen oder so und mal ein Bild für Social Media oder so vorbereiten. aber, ja, die meisten werde ich nie wieder spielen, glaube ich. Also gerade bei den alten Sachen ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, oder wenig dabei, wo ich sagen würde, okay, das will ich unbedingt auch in meiner Sammlung haben. Fokus zum Beispiel, das haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Das will ich aber, eigentlich brauche ich da das Spiel nicht, sondern nur das Cover. Aber das Spiel ist schon auch cool. Ja, das Spiel ist auch cool. Aber mit wem spielst du es halt? Ich habe es schon ein paar Mal gespielt wieder. Wenn man zu zweit ist und braucht noch so einen Absacker und es ist halt jemand, der auf so etwas Abstraktes steht, kann man das auspacken. Spielst du aber nicht mit der Daphne, oder? Nee, eher nicht. Haben wir auch schon gemacht, aber, ja. Aber wir haben, was haben wir gerade? Achso, ja, die Sammlung. Ich habe das ursprünglich auch vor, weil ich bin schon auch so ein bisschen anfällig für Sammeln. Ja, also, wenn man dann so ein Projekt hat, dann, das ist eigentlich kaum zu vermeiden. Aber jetzt ist es halt bei mir auch so, dass ich generell Brettspiele sammle und nicht nur die Spiele des Jahres. Und ich habe so viel Zeug hier rumstehen und so wenig Platz, dass die früher oder später, also die, die nicht gut sind, auch wieder ausziehen werden. Die kriegt dann entweder Jacques, falls er sie nicht selber hat, oder, keine Ahnung, können wir vielleicht auch irgendwann verlosen im Podcast oder so. Okay, dann jetzt vielleicht so ein bisschen Meta. Dieser Jahrgang, habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht? Habt ihr Spekulationen, was Spiel des Jahres werden könnte? Wir hatten doch auch schon ein, zwei Titel gespielt, Fabi, oder? Wo wir gesagt haben, das könnte eventuell was werden. Ja, haben wir, was haben wir denn zusammen gespielt? War das schon von diesem Jahr? Ich weiß gar nicht so genau. Aber also, ich habe zum Beispiel gerade angefangen, Dorfromantik zu spielen. Und das ist ja in aller Munde gewesen, schon. Und bei den, bei vielen auch sehr gut angekommen. Bei manchen auch einfach so okay, aber die, die es mögen wir uns sehr. Und ich glaube, das ist zumindest, was so das Genre angeht und das Einstiegslevel oder das Regelniveau natürlich was, was absolut auf Spiel des Jahres Niveau passen würde. Also das, da würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn das zumindest mal auf der erweiterten Liste wäre am Ende. Ansonsten habe ich selbst noch gar nicht so viel gespielt in dem Spiel des Jahres Bereich tatsächlich. Ich habe aber viele Podcasts gehört, die sich über neue Spiele unterhalten. Auch auf dem Niveau sozusagen. Und da gibt es schon so zwei, drei Titel, die immer mal wieder genannt werden. Also Akropolis zum Beispiel wurde eine Zeit lang viel besprochen. Ist jetzt allerdings auch wieder ein bisschen abgeebbt. Keine Ahnung. Und dann hat natürlich Challengers in Frankreich ja schon den, wie heißt das schnell wieder? Astor gewonnen. Das könnte also auch ein Spiel sein, dass da irgendwie eine Rolle spielt. Ja, aber ich glaube, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Da kommen noch ein paar Spiele. Und im Raten waren wir letztes Jahr auch ganz schlecht. Also das habe ich gar nicht versucht. Aber wir spielen natürlich wieder alle drei nominierten Sachen, wenn es soweit ist. Also ich denke auch, ich muss glaube ich auf die Nominierten warten, um dann wirklich eine Idee zu haben, was es werden könnte. Hast du da eine Idee? Ich bin da immer relativ stumpf. Wir machen da auch mal jedes Jahr eine Folge zu, wo wir dann im Team darüber diskutieren. Ich gucke mir dann ja einfach mal an, was die Jury-Mitglieder sagen und spekuliere da ein bisschen so. Selbst bei, also keine Ahnung, ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich Hitster das erste Mal gespielt. Das haben wir auch gezockt, Fabi, oder? Bei mir war gerade der Ton weg. Was habe ich genau zuerst das Spiel gesagt? Ach, Hitster. Oh ja, Hitster. Das ist bei mir ganz groß im Kurs gerade. Also es ist nur Anno Domini mit Musik, aber trotzdem. Das Problem, also Hitster wird glaube ich sofort von allen berücksichtigt werden. Das Problem ist halt die Spotify-Geschichte. Das dürfte dem das Genick brechen in der Hinsicht. Was schade ist, weil eigentlich das wäre was auf jeden Fall für die Zielgruppe vom Spiel des Jahres. Ja, voll. Ja, ansonsten bin ich gespannt. Wie du sagst, Fabian, ist ja noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, was da kommt, auch wenn ich gefühlt. Aber gut, manchmal tauchen ja auch irgendwie nochmal Spiele auf, wo man vorher noch nie was von gehört hat und du denkst, hä, warum sind sie auf einmal da? Ja, entweder weil sie ganz kurz vorher noch eingereicht werden oder weil sie schon so lange her sind, dass man gar nicht mehr auf dem Schirm hat und dass die noch zu dem Jahrgang gehören. Das war ja bei Cascade ja so ein bisschen für mich so zumindest letztes Jahr. Das war schon relativ lange draußen und auf Englisch ja noch länger. Und dann dachte ich mir auch so, hä, das ist doch schon uralt. Aber war halt, war halt doch der Jahrgang. Und gerade bei den Empfehlungen schafft die Jury ist ja auch immer, irgendwelche Spiele rauszukramen. Und nochmal sowas wie Magic Rabbit, wo, glaube ich, ganz viele überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass das Ding existiert. Also ich nicht. so Geheimfavoriten von einzelnen Jurymitgliedern vielleicht, die sich dann richtig fett dafür einsetzen, dass das noch mit auf die Liste kommt. Was ja auch schön ist. Also ich freue mich immer, wenn so Außenseiter wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch generieren können. Bei Scout zum Beispiel hat mich das auch übelst gefreut. Dann, das wurde sogar nominiert. Also das war ja richtig cool. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage an euch. Was sind denn so abseits von den Spiels des Jahres oder vielleicht sind da auch welche dabei, so Evergreens, die ihr immer, immer wieder spielen könnt und warum? Also ich fange einfach mal an. Im Moment, wenn ich so eine Top Ten machen würde, was ja auch sehr beliebt ist in der Brettspielszene, dann wäre wahrscheinlich auf meinem Platz eins die Burgen von Burgund. Das ist mit Abstand mein meistgespieltes Spiel. Das Lustige an der Geschichte ist, aber ich habe das selbst noch nie besessen. Ich spiele das nur online immer und habe auch diese Ultra-Premium-Deluxe-Version da bei GameFound mitgebackt. Das heißt, das kommt irgendwann in sehr schön noch bei mir an, aber ich habe es ja eben hauptsächlich online gespielt, aber dieses Spiel finde ich einfach wirklich genial. Das ist für mich wirklich perfekt. Nichts an dem Spiel stört mich und alles macht mir sehr viel Spaß. Also das ist einfach, ja, das ist mein Lieblingsspiel im Moment und auch schon seit zwei Jahren oder so. Also ich werde nicht müde, das zu spielen. Ja, ich glaube, meine Evergreen-Liste hatte ich ja schon so ein bisschen gespoilert. Die großen Titel, die mir halt, die ich immer wieder spiele, aber ich spiele halt auch, das ist, sage ich mal, die eine Richtung, die ich gerne spiele. Die andere Richtung sind halt so Partyspiele, Gesellschaftsspiele mit vielen Leuten und da muss ich sagen, hat sich für mich schon Codenames irgendwie als ein Titel etabliert, auch wenn es jetzt ein Spiel des Jahres war, den ich wirklich auch immer gerne mitspiele. Ein weiteres dieser Art ist Secret Hitler. Ich weiß nicht, ob man das im Podcast sagen darf, aber ich glaube, das ist in Deutschland sogar indiziert, oder? Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Nee, echt, echt. Das ist eine fähig spannende Frage, habe ich mich tatsächlich noch nicht auseinandersetzt, ob es tatsächlich indizierte Brettspiele gibt. Also ich meine, es sind ja bestimmte Brettspiele wegen einer bestimmten Symbolik nicht in Deutschland erschienen. Das gilt ja oder galt ja auch für Videospiele. Gute Frage. Ja, ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, aber als ich es kaufen wollte in Deutschland, war das schwierig. Also ich musste es irgendwie über Umwege machen. Aber das ist auch so ein Evergreen, wo ich immer mal wieder zu einem Abend eingeladen werde und auch immer gerne erscheine, weil es halt ähnlich wie Wehrwolf, ich meine, es ist ja sehr ähnliche Regeln wie Wehrwolf und das kennt man, glaube ich. So ein Spiel mit verdeckten Rollen, das kann schon sehr spaßig sein in einer großen Gruppe. Also diese Art von Spiele mag ich auch sehr. Ich würde gerne noch zwei andere Spiele nennen, ist mir jetzt so währenddessen noch eingefallen. Und zwar einmal eins, das ist eher langweilig, weil da bin ich quasi d'accord mit vielen in der Brettspielszene, aber das wäre wahrscheinlich mein Platz zwei im Moment und zwar Dune Imperium. Also das spielen wir so auf dem Tisch am meisten im Moment. In den letzten paar Monaten kam das also mit Abstand am meisten zum Zug. Und dann würde ich gerne noch einen Evergreen, den ich immer wieder spiele, auch mit meiner Familie, vor allem, weil das ist das Lieblingsspiel von meiner Mutter zum Beispiel. Ja, und das kann ich mit denen spielen, das kommt immer gut an. Also ich hatte da immer Glück und es kam aber, damals wurde es noch nicht mal irgendwie erwähnt bei der Spiel des Jahres oder Kenner-Spiel des Jahres wäre es wahrscheinlich eher gewesen, Verleihung. Und das ist die Insel der Katzen. Das ist für mich ein wirklich ganz tolles, Plättchen-Puzzle-Legespiel, weil es eben ein interessantes Puzzle ist einerseits mit so Tetris-artigen Figuren und andererseits außenrum eben noch diesen Drafting-Mechanismus hat und man muss sich da seine Missionsziele selber zusammen draften quasi vor jeder Runde und auch seine Ressourcen ein bisschen im Auge behalten, damit man überhaupt genug Fische hat, um Katzen zu fangen, die man dann auf sein Boot puzzelt und so. Das ist einfach ein Wohlfühlspiel, das aber nicht langweilig ist. Also es ist nicht nur so Kaffee- und Tee-Spiel, wie Cascadia zum Beispiel, das ich auch gern mag. Es hat noch so den Extra-Kniff mit dabei. Okay, wunderbar. Dann, Fabian, Jack, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Gut, Brett. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.